Herzlich willkommen zu diesem LogCast. Heute bin ich wieder mit Aaron und Jonas hier auf der Couch und wir werden über ein Thema reden, das mittlerweile ein richtig wichtiger Bestandteil in unser aller dreier Leben ist. Und zwar sind das sogenannte Nachdenktage. Eine Erfindung von Aaron, die uns tatsächlich sowohl im Privatleben als auch im Berufsleben gut weitergebracht hat. Viel Spaß! Freunde, das erste Mal seit mehreren Monaten, dass wir zu dritt hier wieder auf der Couch sitzen. Ja, habe ich mir davon auch gedacht. Das ist hier schon eine Weile her. Damals haben wir noch über den ganzen Werdigang geredet, wie es war mit Lockhart und wie wir hier angekommen sind. Heute haben wir aber wieder ein Thema mitgebracht, bei dem wir alle drei beteiligt sind, dass uns alle drei in den letzten Monaten, Aron bei dir auch schon länger begleitet hat. Und zwar die Nachdenktage. Das ist ein Ding, das habe ich von dir erfahren gehabt. Kanntest du es irgendwo her oder wie bist denn du da drauf gekommen? Und vor allem, was sind Nachdenktage? Ja, es ist eine Eigenerfindung. Echt? Ja. Wow. Und zwar bei mir hat es so angefangen, ich habe irgendwann ein Video gesehen über Dopamin Detox und dann fand ich das Konzept cool, okay, habe das ausprobiert und so, aber habe das dann nicht so als das gesehen, was es eigentlich ist. Okay, man probiert das Dopamin zu cutten, um dann später wieder seine Toleranz, dass die Toleranz nicht aufgebaut wird von Dopamin. Da habe ich das aber ausprobiert und habe mein Handy weggelassen und habe gesehen, dass ich so viel kreativer werde, wenn ich kein Handy, kein Internet habe. Und das fand ich beeindruckend. Und dann hatte ich ein paar Probleme, die ich lösen musste, also auch viele Lockhart-Dinger, was man machen musste und habe halt stark nach einer Lösung gesucht. Und ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, was ich machen konnte. Und diese Nachdenktage war halt die eine Sache, die mehr geholfen hat als alles andere, was ich sonst gemacht habe. Was sind denn die Nachdenktage? Was ist die Idee dahinter? Genau, und zwar ist es so, wie ich es praktiziere, ich nehme zwei Übernachtungen in einem Hotel, fahre ich hin am Abend und dann schließe ich das Handy weg, Laptop weg, kein Internet einfach und bin dann einfach zwei Tage komplett ohne Internet, einfach nur mit dem Kopf beschäftigt. Zwei Tage? Zwei Tage lang, ja. Also einen ganzen Tag und dann halt noch von dem Vortag einen halben Tag und am nächsten Tag noch bis elf Uhr, wie lange man halt drinnen bleiben darf. Und dann halt, genau, das machen. Und dann ist so, das ist interessant, was dann mit dem Kopf passiert, weil wir uns eigentlich nie die Zeit lassen, sowas zu machen, einfach mal. Zeit nehmen einfach zum Nachdenken. Und wenn man sich dazu zwingt, dann kommt der Kopf in Zustände, in denen er halt normal nicht ist. Und das löst bei mir halt ein mega kreatives Ding aus. Und ich kann halt viele Sachen lösen, die ich im Alltag nicht gelöst kriege. Und dann ist es so, man hockt sich dran, man steht morgens auf, erstmal der Kopf voll komisch. Okay, heute macht man nichts. Und dann wartet man zwei Stunden und dann wird es mega langweilig. Es wird so dermaßen langweilig, aber es ist immer so, dass man da rausgeht und dann findet man sich auf einmal wieder, wie man gerade irgendwie ein Problem löst oder rumläuft und Ideen hat, wie man was machen kann, wo man halt sonst nicht reinkommt. Du nimmst ja keinen Laptop mit oder schließt den weg. Hast du einen Notizblock dabei oder gar nichts? Ja, ich habe so ein Heft dabei. Manchmal, also ich persönlich verändere es auch manchmal. Manchmal sage ich, okay, Freitag mache ich auch mit Internet, um mir irgendwie Wissen zu kriegen, was ich brauche und spiele damit rum. Ganz frei, aber grundsätzlich ohne Internet vor allem. Und zwar habe ich dann da gesehen, okay, das hat Riesenpotenzial, das darf jetzt nicht so eine Sache sein, die sich schnell verfliegt. Deshalb habe ich mir da aufgeschrieben, ganz festes Ding gemacht. Ich mache es dieses Jahr jedes Quartal, also viermal in einem Jahr und danach werte ich erst aus, ob das gut oder schlecht war. Ich werde es auf jeden Fall viermal im Jahr machen. Ich habe es viermal gemacht, ich habe es, glaube ich, fünfmal gemacht und es war mega geil und jetzt ist ein Ding und jetzt probiere ich das so oft wie möglich zu machen. Vielleicht einmal pro Monat. Wie war das bei dir, Jonas? Genau, also Aaron geht da ja hin, um irgendwie Lösungen, technische Lösungen zu finden. Für mich ist es zum Teil auch einfach eine persönliche Sache, so ein bisschen ein Ohr zu haben, um in sich reinzuhören. Weil genauso wie wenn man auf einer Autofahrt ist und man hört keinen Podcast oder kein Hörbuch und der Kopf wandert ein bisschen, dann kommt man auf Sachen, die einen irgendwie noch beschäftigen. Also ist unterbewusst, dann holt er Sachen hoch und das ist immer super interessant. Also finde ich irgendwie cool, meinen Gedanken da so ein bisschen zuzuhören. und die Nachrichten-Tage sind eigentlich genau das, nur dass du halt nochmal mehr Zeit hast. Und zum einen nutze ich das so, um einfach zu schauen, okay, hey, was geht gerade ab, um so ein bisschen das Revue passieren zu lassen, was die letzten Wochen vielleicht auch passiert ist. Aber dann ist es natürlich auch ein richtig galer Space, wo du einfach voll konzentriert an Sachen arbeiten kannst. Sei es die Finanzplanungssachen, bin ich da mal im Hotel durchgegangen und das war richtig cool. oder ich habe auch schon, oder wenn man zum Beispiel Nachdenktage macht und sich nur ein Buch mitnimmt, dann kannst du das Buch halt mit einer ganz anderen Intensität lesen und dann auch Notizen machen und das ändert dann manchmal, jedes Mal, wenn ich Nachdenktage gemacht habe und rausgehe, denke ich mir, hätte ich die nicht gemacht, dann würde mir richtig was fehlen, aber ich würde es gar nicht wissen, dass mir was fehlt. Und deswegen, ich meine, denkst du, glaube ich, auch so, es gab noch nie Nachdenktage, die man irgendwie bereut hat, weil man da so zwei Tage im Hotel rumsaß und nichts gemacht hat, sondern das ist einfach nur geil. Ja, für mich ist es ja auch, oder gerade dieses Ding von, wir reden jetzt von zwei Tagen, aber im Endeffekt effektiv ist es ja, dieser eine Tag von morgens bis abends woanders zu sein, ohne irgendwelche Ablenkungen und nur für sich zu sein oder eben für diese Sache, für die man eben da ist, sei es Lesen, sei es eine Aufgabe, wo man jetzt konzentriert daran arbeiten möchte, ein Problem, das man dann lösen möchte, das finde ich so unglaublich wertvoll, dass man da nicht sagen kann, okay, hey, also kann man natürlich auch machen, das mal einen Nachmittag irgendwie zu machen, aber es ist halt schon ein anderes Gefühl, wenn man einfach morgens aufwacht und dann weiß, okay, fuck, ich habe jetzt einen ganzen Tag, den ich jetzt damit verbringe oder den ich irgendwie füllen muss, wenn ich nichts mitnehme und was machst du jetzt? und das ist halt ein ganz anderes Gefühl, als wenn du bei dir mal zwei Stunden freinimmst und zwei Stunden Dopamin-Detox betreibst oder wie auch immer. Ja, und das Schöne ist halt, man kann sich nicht ablenken, wenn man halt da ist und alles vergesperrt hat, dann geht es halt nur in die Langeweile rein oder in die Gedanken rein oder ja, und das ist echt geil und damit reflektiert man auch so ein bisschen, wie man sonst lebt. Wenn man sonst auf dem Klo sitzt und das Handy rausholt, dann ist es so, ja, kannst du ja kein Handy rausholen. Das ist ein ziemlich cooler Exit so vom Leben. Ich glaube, das ist der Punkt, mit dem das richtige Gefühl, weil meistens, okay, du stehst um sechs Uhr auf im Hotel und zwei Stunden langweilst du dich und dann geht es schon mega ab und bis zwölf bist du wohin gekommen, wo du niemals hinkommen würdest und auch wenn du dir zu Hause einen Samstag bis zwölf Uhr Zeit nimmst, kommst du halt nicht rein, weil du das Gefühl nicht hast, wo das nicht die Zeit ist, sondern vor allem das Gefühl, ja. Gerade der Ort, woanders zu sein, ich meine, mittlerweile suchen wir uns halt einfach ein günstiges Hotel, im Endeffekt geht es einfach nur darum, dass wir einen Raum haben, wo wir für uns sein können. Könnten wir natürlich auch bei uns zu Hause im Haus machen, allerdings uns sich im Zimmer einsperren, aber da sind ja auch Leute außenrum und so, deswegen gehen wir gerne an einen anderen Ort. Angefangen hatten wir, das konnten wir uns damals auch nicht leisten, einfach so ein Zimmer zu holen. Da waren wir in der alten Wohnung unserer Eltern, die hatten da gerade irgendwie noch was freistehen gehabt und haben die die Zeit dort genutzt. Und da weiß ich, da war ich das erste Mal drin und habe den Duschbrocken benutzt. Du hast damals einen Duschbrocken gehabt. Witzig auch, wie sich das entwickelt hat und vor ein paar Wochen waren wir die noch besuchen. Und wir hatten ja unseren Büroraum, den wir als Lagerraum genutzt haben. Stimmt, ja. Da waren wir auch. Das war auch ein Ort. Genau, und da bei mir die erste Erfahrung, ich bin ohne Erwartungen hingegangen, habe gesagt, hey, okay, jetzt checke ich einfach mal aus, probiere ich aus, wie es denn ist und habe aber einen Stift und Papier hatte ich dann schon mitgenommen. Und bin dann da morgens aufgewacht, einfach nur eine Matratze drin, bin morgens aufgewacht und dann war erst mal nichts zu tun. Okay, gut, dann gehst du erst mal frühstücken. Ich hatte so fünf Minuten, Terinen lagen da halt irgendwie rum, hab ich die Terinen halt reingesnackt und dann saß ich halt in diesem Stuhl drin und war einfach da. Und es war langweilig. Es war, also da ist halt einfach nichts passiert. Das war ziemlich lange so bei mir, dass es irgendwie einfach nicht Ding, und irgendwann kam mir dann die Frage oder was dann was angestoßen hatte, war, was mache ich hier eigentlich? Und dann kam, was mache ich hier eigentlich? Warum bin ich hier überhaupt? Und dann mit der Zeit hat sich das angefangen, hat ein Gedankenkarussell, wie auch immer, und es kamen immer neue Dinge oder nicht neue Dinge, und die sind dann eben von einem Ding zum anderen gesprungen und irgendwann mal dann wieder so ein Ringschluss zurück und dann war man irgendwie gerade auf einer Reise und dann ist halt irgendwie eine Stunde vergangen. Und dann, ah okay, interessant. Und dann hat ein Ding natürlich aufgeschrieben und dann halt so Notizen dazu gemacht. Ich weiß nicht, ob ich die Notizen danach jemals wieder angeschaut habe, aber eine unglaublich interessante Erfahrung, wo dann nach einer Zeit, also es gab bei mir zumindest immer wieder Momente, wo es dann auch wieder langweilig war, aber solche interessanten Abschnitte, zeitlichen Abschnitte, wo es dann halt irgendwie dann doch super schnell vorbei ging. Und man sitzt ja ja seine, je nachdem wie lange man da wach ist, seine 16 Stunden schon da. Ja, das ist interessant, wenn man auf den Gedanke aufspringt, wie lange der Gedanke einen mitnehmen kann, bis man wieder merkt, also aussteigt und wieder merkt, wie viel Zeit vergangen ist. Und vor allem in der Zeit nicht unterbrochen zu werden. Normalerweise kann man ja nicht, wenn man mit anderen Leuten ist, zwei Stunden Gedankengänge verfolgen und manche Gedankengänge, die kriegt man nur hin, wenn die zwei Stunden am Stück sind, die dich rausholen würden, wenn du unterbrochen werden willst. Und wie ist es denn jetzt so? Also ich denke, jeder von uns hat das auch mal gemacht gehabt, vom einfach so rein und schauen, was passiert. Nutzt ihr das jetzt speziell für, Aaron, du hast schon gemeint gehabt, um Probleme zu lösen, gerade was die Produktion oder Module angeht. Hast du da Beispiele, was unsere Community vielleicht kennt, was eine Lösung war, die in den Nachdenktagen entstanden ist? Die meisten Produkte sind so entstanden. Aber ich finde es manchmal auch schwierig, also wenn man da sagt, okay, ich nehme ein bestimmtes Problem mit rein. Manchmal funktioniert es gut, aber oft ist es auch so, dass es einen so einschränkt okay, man muss jetzt dafür die Lösung finden. Dann hat man da nicht, komme ich schwierig in das Ding rein, da Bock drauf zu haben, wenn ich, ah okay, das muss ich da machen. Und meistens passieren die besseren Sachen, wenn man hingeht und einfach was entstehen lässt und dann aus so einem Eigentrieb. Das kann man zwar richtig schlecht planen, aber es passiert halt öfters da. Aber die meisten Produkte und die meisten Lösungen für die Probleme für Produkte und die ganzen Ideen, die nicht zur Geltung kommen, die muss man auch haben, um dann diese eine rauszukriegen, die dann funktioniert. Und diese ganzen Ideen, die nicht zur Geltung kommen, auf die muss man auch irgendwann kommen, muss die Zeit reinstecken. Ich kann mal sagen, das ist so ein Boost irgendwie, dass man da sagt, also so extrem über eine bestimmte Sache nachdenkt, da kommt jetzt vielleicht nicht unbedingt die eine Lösung für alles raus, aber es ist dann halt so, ich setze mich da diesen ganzen Tag ran und spare mir dadurch, weiß ich, zwei Wochen immer mal wieder ein bisschen drüber nachdenken. Ja, auf jeden Fall. Weil dieses Ding, auch wenn es am Schluss nicht ist, das ist die Treppenstufe, von denen man halt weiter kann und die kann man da schneller erklimmen. Wofür hast du das sonst noch genutzt? Gerade Finanzplaner hast du vorher gemeint gehabt. Ja, das, also ich habe es bisher, glaube ich, vier oder fünf Mal gemacht. Einmal habe ich das Buch mit reingenommen, The Big Five for Life von John Strelicky. Das war richtig geil, weil das hat, da kommt man einfach so eine, ja, bei der persönlichen Reise ein bisschen weiter, überlegt sich, hey, was will ich eigentlich im Leben? Und es ist halt ein richtig geiles Set, um halt darüber nachzudenken. Und sonst macht man es halt nicht. Und war ja auch auf die Company bezogen. Was wollen wir hier für einen Arbeitsplatz schaffen, für die Leute? Dass jeder, also, dass jeder so ein bisschen sich selber hier verwirklichen kann und die eigenen Ziele im Leben, die man erreichen möchte, mit den Zielen vom Unternehmen identisch sind und deswegen jeder an seinen eigenen Zielen arbeitet, während er hier arbeitet. Genau solche Sachen. Sonst aber auch manchmal einfach ohne was reingegangen und dann wird es manchmal eine persönliche Reise, wo ein paar Sachen hochkommen, wo vielleicht auch mal ein Konflikt hochkommt. Aber, ja, genau. Und sonst, ja, je nachdem, die verschiedensten Sachen. Genau. Und jetzt, ich habe es schon eine Weile jetzt nicht mehr gemacht. Ich glaube, das letzte Mal war vor zwei Monaten oder so. Aber, ja, könnte ich eigentlich mal wieder machen und dann vielleicht auch mal mit dem Setting reingehen. Also, was ich, mit dem Setting reingehen, den Laptop komplett auszumachen und nicht nur das Internet auszumachen. Weil sowas fühlt mich cool. Ich könnte halt Notizen im Laptop machen und dann muss man es nicht vom Zettel auf den Laptop reinbringen, wenn man es archivieren möchte. Aber wirklich, und dann das komplett wegzulassen, gibt dann auch, also, dann hat man auch die Möglichkeit, Sachen zu googeln, wenn man zum Beispiel nur das Internet am Laptop anmacht und am Handy ausmacht, sondern wirklich nur mit dem Notizblock reinzugehen. Könnte nochmal ein anderes Gefühl sein oder könnte es dich einfach nochmal anders entwickeln. Deswegen möchte ich das auch nochmal so, roh machen, sage ich jetzt mal. Genau. Aber ich meine, wir haben ja noch genug Möglichkeiten dazu. Das ist auch gerade ein super interessantes Prinzip. Du kannst es ja nutzen, wie du möchtest. Also, wenn du gerade irgendwas erarbeiten möchtest, dann heißt das nicht, du musst das Internet zu Hause lassen und du musst jetzt dein Handy zu Hause lassen und solche Sachen, sondern du kannst es auch einfach da haben und dann eben arbeiten. Gerade wie du sagst, dann einfach nur am Laptop, da die Benachrichtigungen ausschalten, beziehungsweise eben die ganzen Apps schließen, wie WhatsApp oder sonst irgendwas, dann kriegst du auch keine Benachrichtigungen. Ja. Genauso E-Mail-Benachrichtigungen oder sowas. So habe ich es bisher oft gemacht. Und manchmal ist es auch cool, also wenn du es Internet und Laptop anhast, kannst du aber auch irgendwie ein YouTube-Video schauen, was dich da vielleicht gerade richtig weiterbringt. Solange du da nicht in den Algorithmus reinkommst. Ja, das stimmt. Aber da bin ich auch gar nicht so gefährdet, man muss sich zugeben. Okay. Ja, genau. Ja, bei mir war das, das erste Mal, dass ich das so fokussiert genutzt habe, war nach der Höhle der Löwen-Aktion. Da war es ja dann, die Community erinnert sich wahrscheinlich noch daran, dass das nicht so eine geile Sache war oder von euch eben auch schlecht aufgenommen wurde, dass wir nicht kommunizieren konnten, dass wir bei die Höhle der Löwen waren. Und dann wir damals noch die Underdogs und wir brauchen keine großen Firmen, jetzt auf einmal im Einzelhandel sind und überall gibt es Lockhart. Und das war für uns natürlich, wir wussten das natürlich und für uns hat es sich über die Zeit entwickelt, konnten aber vollkommen nachvollziehen, dass es bei der Community eben ein unglaublich großer Schritt, ein Schlag war, der da passiert ist. Und da war das schon eine Krise für mich, zu überlegen, okay, wie kriegt man dieses Vertrauen, wie stellt man dieses Vertrauen wieder her? Wie schafft man das zu erklären, wie das denn aus unserer Sicht war und dass das vor einem Jahr war und damals noch eine ganz andere Sache war. Und diese ganze Kommunikation habe ich damals dann mitgenommen gehabt und das war auch für mich das erste Mal, dass ich dann ein Laptop da hatte und Handy aber weg und dann dort etwas zu erarbeiten, wie wir eben dieses Vertrauen wieder aufbauen können, dass wir da eben über diese Woche verloren hatten. Da habe ich auch gemerkt, den einen Tag ransitzen und am nächsten Tag stehst du mit einem Actionplan dran und weißt halt, wie du vorgehen sollst. Ja, das war geil. Am nächsten Tag drüber gesprochen, zack, zack, zack. Ja, nice. Ja. Angenommen, ich als Zuhörer höre das jetzt und denke mir so, ey, okay, ich habe auch richtig Bock, darauf mal Nachdenktage auszuprobieren. Aber die Jungs gehen alle ins Hotel. Wie ist denn das? Ich meine, man zahlt ja nicht einfach so mal zwei Hotelnächte. Bei uns, wir zahlen es ja auch nicht privat, sondern im Endeffekt ermöglicht Lockhartes, dass wir das machen können. Wie ist denn das? Muss man dafür ins Hotel gehen? Also bei mir hat es angefangen mit der Sache. Da habe ich gedacht, okay, ich schnappe mir, das war, ich glaube, eher wintermäßig, habe ich gedacht, okay, ich schnappe mir eine Karre. Ich will irgendwo hin zum Nachdenken und will halt nicht räumlich zu Hause sein. Ich schnappe mir eine Karre. fahre irgendwo hin, penne im Auto und komme wieder zurück und wollte im Auto nachdenken. Dann habe ich gedacht, okay, soll ich jetzt extra ewig fahren, nur um im Auto sein nachzudenken? Jetzt stelle ich mich lieber irgendwo hin. Und dann ist mir aufgefallen, dass es echt kalt werden würde, wenn ich jetzt fahren würde. Wie was Autobahnraststätte? Ja, irgendwo auf irgendeinem Parkplatz hin und dann da drin übernachten. Ich wusste nicht, wie viel ich nachdenken kann, wenn ich im Auto so probiere, im Schlafsack da rumzukrampfen. Und dann war der Plan, okay, dann hole ich mir ein Airbnb, da ist es halt drinne und das ist cool. Wie war das das erste Mal? Das erste Mal, genau. Also mein erstes Mal nach den Tagen. Habe ich nach Airbnb geschaut, rumgeschaut, also ich war so extrem sparsam, musste ich auch sein, weil die Kohle nicht da war. Airbnb geschaut und die waren auch alle recht teuer und habe tatsächlich ein Hotel gefunden, das billiger war als die ganzen Airbnbs. Und zwar habe ich nach den Tagen gemacht, in Stuttgart für 20 Euro die Nacht. Ich weiß nicht, wie ich das gefunden habe, aber 20 Euro die Nacht. Wie ein Hotel mit eigenem Zimmer oder war das so ein Hostel, wo du dann halt noch mit... Nee, das war ein eigenes Zimmer, ein extrem kleines Zimmer und ich habe auch zweimal Leute Geschlechtsverkehr haben hören, aber für 20 Euro und das war geil. Für 20 Euro anderen beim Sex zuhören. War nicht schlecht. Sonst teurer. Auf jeden Fall war das dann der Wahnsinn und dann fand ich halt die Hotelsache cool. Ich denke, es kommt halt auf diesen Bruch an, der aus dem Alltag rausgeht. Man könnte es ja theoretisch im Zimmer machen, aber dieser örtliche Ding, das ist so ein Commitment zu sagen, okay, wenn ich schon da bin, da hänge ich nicht vor YouTube, sondern das mache ich einfach und deshalb ist es geil, in einem anderen Ding zu sein und ich finde Hotel halt mega cool, weil es so super unpersönlich ist. Man geht da rein und es ist völlig klar, man kennt die Leute nicht, die man ist. Aktalo ist im Zimmer, hängt dieses rote Schild hin, dass man das Zimmer nicht putzen soll, ist da einfach drin und haut danach wieder ab. Da kommt man ziemlich leicht halt in dieses Ding rein. Und es ist ja nicht so, okay, wenn wir jetzt davon reden, nee, das ist so mega geil, nach den Tagen mega cool, warum dann nicht jedes Wochenende machen. Ich denke auch, das ist nicht so, es ist nicht chillig, das zu machen. Es ist nicht so, okay, egal, mache ich Nachdenktage, sondern es ist ein Commitment, weil man da sich mit dem Kopf ans unangenehme Stellen bewegt oder stark nachdenken muss, was nicht gemütlich ist und es ist schon ein Commitment, das zu machen. Und dieses Commitment ist halt leichter zu sagen, okay, ich fahre jetzt extra weg in das Hotel, ich gehe da rein und dieses ganze Umfeld, ich habe für das Hotel gezahlt, vielleicht macht das auch was, dieses ganze Umfeld ermöglicht es halt leichter, da reinzukommen. Ich denke aber, dass es auch nicht unmöglich ist, woanders, wenn man vielleicht einen Raum kennt, wo man es machen könnte, wo man auf jeden Fall weiß, dass man nicht gestört ist, kann man dieses Commitment auch anders aufbauen, wie zu sagen, okay, ich kenne die Dinge, ich fahre da nicht mit dem Auto hin oder so, ich laufe da hin, das dauert zwei Stunden und ich bereite es mir so vor und ich plane schon die Woche davor, was ich alles mitnehme. dass es halt ein Ding ist und nicht einfach, okay, jetzt gehe ich noch schnell nachdenken. Sonst hat man ja das normale Samstag, sondern okay, das mache ich jetzt geplant. Ja, ich habe mir gerade auch gedacht, man könnte es ja auch theoretisch auf dem Fahrrad machen. Man nimmt sein Fahrrad, fährt los und man ist auch weg und der Kopf schaltet ein bisschen ab. Aber du bist halt immer in der Tätigkeit drin und wenn du halt sagst, ich nehme ein Hotel, ich lege mich auf mein Bett oder ich setze mich da irgendwie hin und du machst nichts, dann ist es halt schon nochmal ein anderes Date und macht den Rahmen halt besonderer. Und wenn man dann im Hotel sitzt und sich denkt, okay, jetzt habe ich mir ein ganzes Wochenende genommen, dann will man auch irgendwie auf was kommen und dann ist es einfach ein anderer Rahmen. Aber gerade das mit dem Fahrrad, ich habe mir gedacht, im Endeffekt kann das ja jede Person hier draußen machen. Einfach mit dem Fahrrad irgendwie in die Natur fahren oder wenn man in der Stadt wohnt, einfach wird ja überall, wird man ja schnell oder relativ schnell in der Natur sein in Deutschland und dann da einfach den ganzen Tag irgendwo auf der Bank verbringen. Weil ich persönlich feiere das auch, ich verbringe auch nicht den ganzen Tag nur im Hotel, sondern gerade dieses GI Hotel finde ich voll geil, dann gehst du einfach kurz raus und bist halt direkt in der Natur und latscht da halt so ein bisschen rum. Natürlich ist es in gewisser Weise Ablenkung, als wenn man einfach nur auf dem Bett sitzt und dann die Decke anstarrt. Aber das macht es theoretisch möglich, für jeden einfach kurz raus zu gehen und man kann auch den ganzen Tag dort bleiben, indem man zwei Nächte vielleicht im Zelt verbringt. Wobei man ja nicht wild campen darf, aber sollte man theoretisch ein Zelt aber haben stolpern und dann ist das Zelt aufgebaut und dann fällt rein, dann ist es ja auch für jeden da draußen möglich. Ja, und da denke ich mir, ich meine, für manche Leute ist es richtig hart, wenn die keine Ablenkung haben und einfach nur mit sich selber beschäftigt sind. Also habe ich von einer Person gehört, die da richtig Probleme mit hat. Man kann natürlich auch verschiedene Steps machen, bis man dann irgendwann an dem großen Ziel ist, einen Tag alleine ohne Ablenkung im Hotel verbringen zu können und zu sagen, okay, ich gehe erstmal raus, nehme mein Handy nicht mit, mache eine Fahrradtour, nächstes Ding, nächstes Ding, nächstes Ding. Genau, und so halt persönlich, ich meine, das ist eine Reise, wo man sich auch ein bisschen selber kennenlernen, wenn man sich einfach zuhört, sage ich jetzt mal. Demnach kann man sich das ja komplett freigestalten, wie man möchte und auch je nachdem, wo man gerade steht. Ich glaube, das ist ein großes Ding, auch, dass es eben nicht immer Bock macht. Das sind ja auch die bei, wie heißen die Sendungen hier, YouTube-Dinger, Seven Roses Wild, damals in der ersten Staffel, der Dave, der da draußen war, hat ja auch erzählt gehabt, dass er halt richtig hart Probleme hatte, einfach alleine zu sein. Das ist man ja normalerweise nicht. Ich meine, die anderen Jungs waren da vielleicht ein bisschen hartgesottener, weil die das öfters machen, mal irgendwie Outdoor zu campen. Aber kennen wir ja normalerweise nicht, ohne Ablenkung einen Tag zu haben. Ja. Für mich war das auch so eine Sache, ich liege dann abends im Bett und den ganzen Tag rattern schon die Gedanken. Und dann wird es langsam dunkel und dann denkst du dir so, Alter, ja, heute war richtige Dinger, jetzt kannst du eigentlich wieder an dein Handy gehen und so, heute hast du das richtig, was erreicht. Und dann liegst du, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, und dann liege ich da so dran und denke, ah, ja nee, jetzt bin ich halt hier, wenn ich das Handy holen will, dann muss ich halt ins Auto gehen, einmal raus und dann hast du diesen Bruch, von dem du geredet hast, so, okay, dann hast du dich den ganzen Tag durchgezogen und im Endeffekt ist man dann doch froh, weil der Abend halt schon noch ein paar Stunden hat und dann fängt der Kopf halt nochmal anzudenken. Ja, und man muss dem Kopf halt Zeit geben, wirklich immer nochmal eine neue Gedankenschleife zu drehen, wo man sich denkt, okay, jetzt ist 16 Uhr und dann fängt es ja nochmal an. Jetzt sollen wir nochmal eine Schleife drehen. Aber es stimmt, ja, das sind immer so, kommt dann so in Wellen oder in, ja, da wird immer wieder rausgeworfen. Bisher haben wir drei die Nachdenktage immer jeweils einzeln gemacht, also jeder für sich und hat das eben genutzt, wie er oder sie, wollte ich gerade sagen, aber wir sind nur er, was es möchte. Wir sind aber vor zwei Monaten das erste Mal auch zu dritt auf Nachdenktage gegangen, nach Eichstätt. Da haben wir auch super nett bei Simon, Jonas, seinem Bruder gegessen. Genau, mein Bruder studiert in Eichstätt und ist leidenschaftlicher Koch, hat uns eingeladen, da hinzugehen und ich wollte sowieso mal mit euch bei meinem Bruder essen gehen sozusagen und dann haben wir das kombiniert, abends bei ihm und dann später am Abend direkt ins Hotel, zwei Nächte im Hotel, damit man wirklich den vollen Tag hat, also morgen und Abend. Genau, und haben da zusammen überlegt, ja, wo soll die Reise hingehen? Persönlich aber auch, aber ja, vor allem auch Lockhart. Genau. Und da ist einiges bei rumgekommen in diesem Tag. Was das aber alles ist und was wir daraus mitgenommen haben, einmal für uns, für Lockhart, aber auch für unsere Mitarbeiter und für die Community da draußen, das erzählen wir euch in einem anderen Podcast. Ja. Ciao. 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 Ciao.